Die Ausstellung war heute sehr gut vorbereitet durch die Ernst Röte Gesellschaft und auch der International Club der Freien Universität Berlin. Wir haben uns wirklich sehr viel Mühe gegeben. Wir haben über 30 Botschaften kontaktiert und die Kulturattachés von verschiedenen Ländern eingeladen. Wir haben verschiedene Fachbereiche der Freien Universität Berlin kontaktiert, unter anderem die Abteilung für Gender and Diversity, Frau Prof. Finns, das Institut für Politik, Herr Dr. Ingo Peters. Die Ernestage der Ausstellung war geprägt durch Anwesenheit von Studentinnen, die sich fotografieren ließen vor der Ausstellung und auch die Professorinnen, die sich tatsächlich für das Thema interessiert haben. Da diese Bilder einerseits eine Gruppe von Studentinnen darstellen, die leistungsfähig sind, die die Elite der Freien Universität Berlin ausmachen und auch mit den Bildern, die im Mitte des Raumes im Henry Fordbau seit Jahren hängen, korrespondieren. Das sind Bilder von Salman Rosti, von John F. Kennedy, von Herrn Gertgens, der Ex-Präsidentin, Präsidentin, pardon, der Freien Universität Berlin und einige Persönlichkeiten, die schon das Bild der Freien Universität Berlin geprägt haben. Ich habe versucht, eine Korrespondenz zu kreieren zwischen der neue Generation der internationalen Studenten mit der alten Generation der FU Berlin und auch eine Art Korrespondenz mit der Geschichte der Frauen Universität Berlin, die auch wirklich geprägt war durch unter anderem Persönlichkeiten, wie zum Beispiel Kofi Annan, der hier war und sein Bild hier hängt, oder wie ich vorhin gesagt habe, der John F. Kennedy, der hier stand und über Demokratie gesprochen hat. Diese Serie, The Notion of Diversity, die sind Individuen, Studentenwissenschaftlerinnen, Akademikerinnen, die in der Zukunft das Bild der Freien Universität Berlin mit prägen werden. Dadurch bin ich natürlich sehr glücklich, dass ich die Gelegenheit hatte, diese Menschen zu erfassen und da stehlen zu dürfen. Mein Name ist Zelda Tinges. Ich bin Diplom-Juristin. Ich habe an der Freien Universität Berlin studiert. Diversity bedeutet für mich, dass kulturelle Unterschiede akzeptiert werden, gefördert werden. Mein Name ist Melanie Pöschel. Ich studiere Englisch und Mathematik auf Lehramt an der FU in Berlin. Ich komme aus Deutschland und mein Lieblingsplatz in der Universität ist vor der Uni draußen sitzen am Sonnenschein. Musik 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 ет Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020